Willkommen, liebe Leute, zu dem Video, ihr habt im Titel schon gesehen, 100 Abonnenten, ey, Leute, großes, großes Dank an euch da draußen, für die 100 Abos, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich euch dafür danken kann, danke an das, 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 das und das und auch an alle anderen, die da geholfen haben, ja, wie gesagt, Est, Dankeschön dafür, ich hab in einem früheren Video mal gesagt, wo es YouTuber Live gespielt habe, Zitat, juhu, ich hab 67 Abonnenten, cool wäre es, wenn sie auch ein Est hätte, und ja, 67 Abonnenten ist in voller Zeit passiert, und jetzt 100, danke dafür, wie gesagt, und dies müsst es geburten feiern, demnächst pressend, ähm, werde ich euch selbst mitteilen, was bei 100 Abos besser ist, und zwar, als 100 Abos besser, werde ich einen 12 Stunden Stream machen, und gleich bekommt ihr eine Liste eingeblendet, wo alle Spiele draufstehen, die ich spielen werde, und so wie es ja Uhr seid, jeweils, es hat mir da so einen umständlichen Plan erstellt, ähm, und ihr dürft natürlich mitspielen, und jederzeit dann da auch im Discord mitreden, und ja, aber erst mal, wann ist mein 100 Abos besser streamen, der ist vom Freitag, den 31. März, auf Samstag, den 1. April, starten geht das Ganze um 18 Uhr abends, am Freitag, den 1.30, und der Stream läuft bis zum 1. April, 6 Uhr in der Früh, ja, darauf konntest euch definitiv mal freuen, und in dieser Stream, dieser 2 Stunden Stream, seht, könnt ihr eigentlich bei 100 Abos besser sehen, nochmal Dankeschön an euch für 100 Abonnenten, ähm, ja, Dankeschön dafür, jetzt zeige ich euch ein, ähm, ja, den Plan am Spielen, und danach wird es noch ein Gewinnspiel geben, welches dann beim Streamen in 2 Wochen aufgelöst wird, dementsprechend unbedingt das Video bis zum Ende schauen, und jetzt zeige ich euch einfach mal, wann wir welche Spiele spielen. Kommen wir jetzt zum Programm, da haben wir von 18 bis 19 Uhr Splatoon Online mit Community, das heißt, ihr könnt gerne mitspielen, ne, wie immer Splatoon einfach klasse ist, das kennt ihr schon, von 19 bis 20 Uhr Minecraft Viewedison, auch da wieder mit Community, das heißt, auch dort könnt ihr mitspielen, und auch dies kennt ihr schon, ne, genauso Mario Kart 8, was es im Anschluss gibt, Spress von 20 bis 21 Uhr, ähm, ist auch mit Community, ja, von 22 bis, äne, 21 bis 22 Uhr, Entschuldigung, ähm, haben wir Fast RMX Online, und zwar auf der Nintendo Switch, das heißt, ähm, da können alle, die mich als Freund auf der Nintendo Switch geendet haben, können dann mit mir Fast RMX Online spielen, ne Stunde, das wird auch ganz lustig, ähm, für alle, die mein Freundschaftscode noch nicht haben, ich hab mal ein Video gemacht, wo mein Nintendo Switch Freundschaftscode drin ist, ich verlinke das nochmal in die Videobeschreibung des Video, dann könnt ihr mich da enden. Ja, von 22 bis 23 Uhr spielen wir Super Mario 3D World, ne, offline ohne Community, geht nix anderes. Ja, und dann geht's los, ne, 23 bis 24 Uhr machen wir Super Mario Maker, mit Community, das heißt, bis dahin, lohnt ist es vielleicht noch das Hauen, bis Mitternacht, denn da spielen wir bis Mitternacht Super Mario Maker, und zwar eure Level, wird sicherlich ganz lustig. So, ab Mitternacht, ähm, ist dann so langsam die Zeit, wo das Nachtprogramm im Fernsehen, beim Fernseher dann losgeht, und bei uns können dann auch die bisschen härteren Spiele, sage es mal, Anfang cool, mir aber nicht ganz so hart ein Spiel, von 24 bis 1 Uhr nachts, und zwar Slendert Arrival, auf der Wii U, natürlich ohne Community, von 1 bis 2 Uhr kommt dann Resident Evil 7, besorgt bitte auf dem PC, auch dies ohne Community, und von 2 bis 3 Uhr Zombie U, auf Wii U ohne Community. Ja, von 3 bis 4 Uhr wird's wieder interessant, nämlich, das andere ist vielleicht auch interessant, mit Zelda Breath of the Wild, und, ja, von 4 bis 5 Uhr gibt's der Mario Party 1, gespielt auf dem Entwin 60, ohne Community, und zum Abschluss gibt es vom Stream, gibt es von 5 bis 6, nochmal Super Smash Bros, und dies online mit Community, das heißt, da könnt ihr mitspielen, und dann wird es ja mal nach 6 Uhr früh dann halt noch kurz sagen, wie es den Stream fand und alles, und das wird dann ganz professionell sein, es ist eingeblendet, wie viel von den 12 Stunden mit uns noch bleiben, und alles, ähm, es ist größten Teil zur Seite im Facecam, ne, darauf könntest du euch definitiv schon mal freuen. Ja, soweit zum Programm für den 12 Stunden Stream. Kommen wir jetzt aber noch zum Schluss zum Gewinnspiel versprochen, denn, an der Liste 100 Abonnenten Verlose ist eine 15 Euro Nintendo eShop Card. Was ihr davon machen müsst, ist erstens Abonnent von dem Kanal sein, zweitens das Video liken, und drittens in die Kommentare schreiben, welches Game von den Games von der Liste gerade ihr am liebsten sehen müsstet, und bitte begründen, weshalb. Also zum Beispiel ist, mag am liebsten, keine Ahnung, Super Mario Maker sehen, weil ihr da meine Level spielt, die ich gerne mag, ne, die ist jetzt nur als ein Beispiel. Ja. So, ne, ähm, und ihr müsst dann, ähm, ja, das sind die Voraussetzungen angenommen, und ihr habt jetzt gewonnen, dann schreibe ich es euch an, also privat über den Kanal, über die PM, und dann werde ich es euch da nach eurer E-Mail-Adresse fragen, denn über die E-Mail-Adresse bekommt ihr den Code zugesendet. So wird es ablaufen. Ne, damit viel Glück beim Gewinnspiel und danke fürs Zuschauen von dem Video. Soviel ihr seid beim 12-Stunden-Stream dabei, bei dem wird es dann auch die Auflösung geben, wer gewonnen hat, bzw. wir werden das zusammen während des Streams zum Ende auflösen. Das wird tatsächlich ganz spannend. Damit macht's gut, bis zum nächsten Mal, und ciao. 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 Ja. Ciao. Ciao. Ciao.